Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-It-Yourself, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der Kanal von Fabrizium. Herzlich willkommen. Ja, heute ist Sonntag, ein wunderschöner Sonnentag und wir sind ein bisschen draußen im Wald beim Waldbaden, wie man neudeutsch sagt. Und es ist wirklich wunderbar hier. Alles grün, voller Moos, wie in einem grünen Wohnzimmer. Und überall liegen natürlich Fichtenzapfen rum. Und das ist auch das Thema von dem heutigen Video. Ich möchte zusammen mit euch ein Schreibgerät, einen schönen Stift aus so einem Fichtenzapfen bauen. Ich wünsche euch viel Freude beim Video. Los geht's. Ja, liebe Zuschauer, so schauen sie aus, meine frisch geernteten Zapfen aus dem Wald. Noch etwas feucht wahrscheinlich und geschlossen. So können wir sie für unser Schreibgerät, für unseren schönen Stift leider noch nicht verwenden, sondern wir wollen sie ja schön offen haben und trocken vor allem. Das heißt, wir könnten diese Zapfen jetzt entweder in die Sonne legen und uns gedulden oder aber, und so werden wir es jetzt auch machen. Wir legen so einen Zapfen in die Mikrowelle und lassen ihn dort trocknen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Zuschauer, es ist so schade, dass es noch keine Möglichkeit gibt, hier Düfte zu übertragen auf YouTube. Das wäre wirklich ein Riesengenuss für alle hier. Das duftet wunderbar. In dieser Ausgangs- oder Uhrform ist dieser schöne Zapfen natürlich noch nicht geeignet als Schreibgeräte, Rohling oder Penblank. Deswegen wird man vergießen, und zwar mit Epoxidharz. Ja, worauf es rausläuft, sehen wir hier an diesem Penblank oder Rohling, den ich mir aus altem, verrottetem Holz hergestellt habe, also in so einem Riegel vergossen und dann eben den Penblank ausgesägt. Und entsprechend, das machen wir jetzt mit den Zapfen. Dazu brauchen wir eine Art von Gusswanne oder Gussform. Bei meinem Versuch hier mit diesem Altholzblock habe ich eine Form verwendet aus melaminbeschichteten Presssparnholz. Das kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, denn das Epoxidharz haftet sehr fest an dieser Beschichtung, kriegt man also nicht mehr raus. Man muss den Rand dann absägen, um dann letztendlich an diesen Block hier zu kommen. Ich möchte aber eine wiederverwertbare Form, Gussform haben. Insofern werden wir die aus einem Kunststoffmaterial bauen, und zwar heißt es Polyoxymethylen, kurz POM. Ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt, ist das Material, das man auch für diese weißen Schneidbretter in der Küche verwendet. Es hat sehr gute Gleiteigenschaften, und ich erhoffe mir dadurch einfach, dass wir dann unser Gussstück leicht entnehmen können. Die Form soll dann mit Schrauben zusammengebaut werden. Hierzu habe ich mir so Gewindeeinsätze besorgt. Die haben innen M3, außen M5 und da die passenden Zylinderkopfschrauben dazu. Dann kann es auch schon losgehen. Dann sägen wir uns von der POM-Platte ein paar Streifen ab. Ich werde drei brauchen, weil ich mir zwei Formen bauen möchte, von der Höhe her ungefähr 50 Millimeter, lieber ein bisschen mehr. Für so einen mittelgroßen Zapfen sollte das ausreichen. Und ja, dann sägen wir das mal zurecht. Ja, da bekommt man wirklich sehr schöne Kanten hin, wenn man die an der Hobelmaschine nochmal etwas abrichtet. Ich hoffe, dass unser Gussbehälter damit dann auch dicht ist und nicht ausläuft. So, alle POM-Teilchen zurecht gesägt, falls jemanden die Maße interessieren, 134 x 75 Außenmaß. Ich habe die Wanne jetzt erstmal mit Paketklebeband vorläufig zusammen geheftet, sage ich mal. Und oben nochmal Blu-Tape drauf. Jetzt kann ich mir meine Bohrlöcher schön anzeichnen. Das mag ein bisschen umständlich ausschauen, ist es vielleicht auch, aber mir fehlt noch ein präziser Anschlag für meine Bohrmaschine. Und es soll ja letztendlich dann gut zusammenpassen, damit das Ganze auch dicht ist. Zum Einschrauben der Gewindeeinsätze nehmen wir uns einfach so eine M3. M3er-Schraube mit zwei M3er-Muttern festgezogen hier, damit der Gewindeeinsatz einen Anschlag hat. Und damit kann man den schön eindrehen. Das Gewinde geht jetzt ein Stückchen tiefer rein als diese Fläche hier. Damit stellen wir sicher, dass wir dann unsere Form auch gut zusammenschrauben können und nichts übersteht. Ja, soweit passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Ich habe jetzt bloß nicht die richtigen Unterlegscheiben hier, aber zurzeit kann man leider ja nicht eben mal schnell zum Baumarkt fahren. Insofern, ja, muss man sich halt hier ein bisschen aushalten. So, haben wir unsere zwei Gussbehälter fertig. So, dann mischen wir uns unser Harz an. Ich habe jetzt 250 Gramm ausgerechnet, was ich brauche. Davon 90 Gramm härter. Müsste sogar ein bisschen was übrig bleiben. Schauen wir mal. Dann mischen wir mal das zusammen. Hoffentlich passt es alles rein. Ja, gerade so. Dann das Ganze ordentlich verrühren hier. Ich habe jetzt hier so ein Goldpigment. Das möchte ich mal für einen Zapfen verwenden. Den anderen mache ich grün. Da habe ich noch ein zweites. Oder vielleicht mache ich es auch zweifarbig. Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall, den einen mache ich einfarbig. Und ich habe jetzt keinerlei Erfahrung, ehrlich gesagt, mit solchen Pigmenten. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das wird. So, da gebe ich jetzt einfach mal Pima Schnauze was dazu. Mal gucken. Gefühlt. Naja, vielleicht reicht es schon. Ja, ich glaube, ein bisschen was kann es noch vertragen. Noch mal so ein Spatel voll. Das schaut schön aus. Wird ja richtig goldig. So, dann kommt jetzt der spannende Augenblick. Ich bin gespannt, ob unsere Form dicht ist oder ob es mal unten rausläuft, die Soße. Drückt mir die Daumen. Los geht's. Ja, der Zapfen schwimmt. Da muss ich mir jetzt irgendwas auf die Schnelle überlegen, wie ich den nach unten bringe. Hätte man eigentlich auch früher einfallen können. Das Holz schwimmt. Naja. Ja, ich glaube, ich habe eine einfache Lösung. Ich habe hier noch so ein Stück, einen Abschnitt von meinem POM. Das passt hier genau rein. Damit drücke ich den einfach ein bisschen nach unten. Und da setzen wir noch ein Gewicht drauf. Und dann sollte das eigentlich passen. Bisher ist es dicht. Toi, toi, toi. Dann würde ich sagen, lassen wir den schon mal trocknen. Und den zweiten Zapfen, den werde ich noch mal in einer anderen Farbe machen. Und der kommt dann in eine Druckkammer noch. Ich möchte einfach mal schauen, ob es da einen Unterschied gibt jetzt zwischen einfach so trocknen lassen, in Anführungszeichen, und in der Druckkammer trocknen lassen. Das probieren wir aus. Der zweite wird, wie gesagt, grün. Machen wir hier mal auch so zwei Spatel rein. Oder vielleicht gleich drei. Vorhin hatte ich ja auch drei drin. Ich habe jetzt hier noch ein paar Tropfen von dieser Farbpaste für Kunstharze, heißt sie, Bernsteinfarben, dazugegeben. Und das macht das Ganze jetzt noch so ein Ticken, ja, so ein bisschen wärmer, sage ich mal. Ich werde es jetzt aber, hoppla, ich werde es jetzt aber auch nicht so super gut verrühren, weil ich diese Schlieren eigentlich ganz nett finde hier. So, und der kommt jetzt in die Druckkammer. Wie gesagt, ich möchte einfach mal schauen, ob es da einen Unterschied gibt dann von der Qualität her. Ja, das machen wir jetzt. Ja, das ist so ein Druckkessel, wie er für Lackierarbeiten, also für Spritzpistolen, verwendet wird. Den habe ich leicht umgebaut, damit er eben hier als Druckkammer für die Rohlinge geeignet ist. Knapp über zweieinhalb Bar haben wir jetzt hier in unserem Kessel. Ich denke, das reicht aus. Und damit lassen wir unseren Rohling jetzt mal für 24 Stunden ungefähr aushärten. Ja, liebe Zuschauer, die beiden Gussstücke haben jetzt genau 26 Stunden hinter sich. Laut Herstellerangaben sollte das eigentlich ausreichen, damit es einigermaßen hart ist. Wenn man sich jetzt aber den goldenen hier anschaut und da mal ganz leicht rein tippt, dann sieht man, dass das leider noch ziemlich weich ist. Da ist also irgendwas schief gelaufen. Ich vermute mal, dass jetzt entweder das Epoxidharz schon so ein bisschen zu alt war. Ich habe das so ungefähr ein, zwei Jahre schon liegen. Oder aber die Pigmente haben gestört. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Im Mischungsverhältnis mag ich jetzt auch nicht ausschließend. Oder aber, und das glaube ich eher, es war wahrscheinlich nicht dienlich der Sache, dass ich das Ganze auf die Heizung gestellt habe über Nacht. Ich habe mir gedacht, ich tue dem einen Gefallen, wenn ich ein bisschen Wärme draufgebe. Aber vermutlich hat das den Prozess gestört, des Aushärtens. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal das Exemplar hier im Drucktopf an, wie der ausschaut. Vielleicht ist der hart geworden. Wenn ja, sage ich mal, dann war es wahrscheinlich die Hitze, die da gestört hat. Ja, der passt. Dann war es wahrscheinlich die Heizung, sagen wir mal. Dann schrauben wir den mal auseinander und sind gespannt, ob wir es auseinander bekommen. Also es geht jetzt nicht butterweich, aber man kriegt es runter. Ja, schaut ganz ordentlich aus, finde ich. Der Zapfen liegt ein bisschen schief drin, also eher so. Jetzt weiß ich auch nicht, wie wir den zurechtschneiden, damit wir den wirklich schön auch in der richtigen Position haben. Dann haben wir den Stift drin. Ich glaube, ich werde erstmal hier die Enden absägen, dann sehen wir ja, wie er drin liegt. So, das mache ich. Hier sieht man es ja recht gut, wo das Zapfenzentrum ist, also an der Stelle ungefähr. Auf der anderen Seite, da muss man es eher ein bisschen erahnen, ich würde mal sagen hier. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr allzu viel hier absägen, sonst wird mir das Ganze zu kurz für den Stift. Jetzt habe ich ihn doch noch ein bisschen schmäler gesägt an der Bandsäge und jetzt sieht man es recht gut, wie er verläuft. Ich hatte noch eine Polierscheibe in der Drechselbank, da bin ich da kurz drüber gegangen. Ich war einfach neugierig, wie das wird und ich denke, das schaut schon ganz gut aus. Könnte ein schöner Stift werden. Dann körnen wir uns mal die Zentren hier an von unserem Rohling. Im ersten Schritt rechseln wir uns unseren Rohling erst einmal rund, damit man dann leichter einspannen können. Dazu habe ich hier schon mal eine kleine Bohrung eingebracht, drei Millimeter ungefähr vom Durchmesser. Eben deswegen, damit wir hier diesen Vierzak-Mitnehmer jetzt nicht wie ein Wahnsinniger mit dem Hammer einschlagen müssen, sondern wirklich nur anpressen können. Wir brauchen ja hier keine große Kraft zum Mitnehmen. Im Reitstock haben wir unsere mitlaufende Körnerspitze und damit pressen wir jetzt vernünftig an. Ich habe mir vorher den Verlauf von dem Zapfen im Rohling angezeichnet und es sollte jetzt eben schön in einer Linie sein mit dem Vierzak. Und der Körnerspitze. Jetzt haben wir hier eine Riesensauerei, aber unser Rohling ist jetzt schön rund und wir können mit dem eigentlichen Bau des Stiftes beginnen. Ich verwende einen Kugelschreiber-Bausatz oder auch Pen-Kit und zwar heißt das Polaris hier in der Chrom-Variante. Hier ein Beispiel, wie so ein fertiger Polaris-Kugelschreiber ausschauen kann. Der hat hinten eine Drehmechanik und der Schaft in dem Fall ist aus Riegelahorn. Zunächst bringen wir mal in unseren Zapfenrohrling eine Bohrung für unser Messingröhrchen ein, Durchmesser 9,5 Millimeter. Unser Zapfenrohrling ist eingespannt und ich bringe jetzt als erstes hier mal eine Zentrierbohrung ein. Dann geht es weiter mit unserem 9,5 Bohrer. Ja, sind wir durch. Ein wunderbarer Fichtennadelduft hier in der Werkstatt. Dann schauen wir mal, wie unser Röhrchen hineinpasst. Das ist optimal, genauso muss es sein. Nicht zu streng und nicht zu leicht. Wunderbar. Bevor wir das Röhrchen einkleben, rauchen wir es ganz leicht mit ein bisschen Schleifpapier an. Dann haben wir eine größere Oberfläche fürs Einkleben und dann hält es besser. Mit ein bisschen Aceton machen wir unser Röhrchen fettfrei. Streichen es mit Sekundenkleber ein, wenn er rauskommt. Doch, er kommt raus. Das muss jetzt gar nicht so super viel sein. Ich verstreiche es dann hier auch immer gleich ein bisschen damit. So, und dann schieben wir es in unseren Rohling ein. Und zwar drehe ich es immer ganz gerne dabei, damit es ganz gut verteilt wird überall. Darf natürlich nicht zu lange warten, sonst steckt er fest. Dabei ist es wichtig, dass wir das Röhrchen sicher ein bisschen tiefer drin haben, als diese Rohlingfläche ist, damit wir es hinterher noch schön begradigen können. Also sollte auf keinen Fall überstehen, das Röhrchen. So, ich habe das, was übersteht, größtenteils jetzt abgedrechselt oder abgestochen. Den Rest machen wir mit einem Planfräser weg. Und das natürlich auf beiden Seiten. Also nicht ganz bis aufs Messing runter, sondern bis kurz davor, sage ich mal. Und dann können wir uns das mit diesem Planfräser hier schön eben planen oder orthogonal fräsen. Und zwar genau bis dahin, bis man das Messing schön glänzen sieht. Das wird man gleich sehen. Und jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das Messing fängt jetzt hier zum Glänzen an. Das heißt, wir haben an der Stelle das Röhrchen erreicht. Und wenn das auf dem ganzen Umfang so ist, dann können wir eigentlich auch schon aufhören an der Stelle. Zu viel sollte man auf jeden Fall hier nicht wegmachen, weil sonst passen die Stiftgeometrien nicht mehr. Dann wird der Stift zu kurz. Was ich an der Stelle immer ganz gerne mache, ich gehe nochmal ein bisschen mit der Stahlwolle rein. Einfach hier mit der Hand andrehen und dann brechen wir innen die Kante. Und somit bringen wir da unsere Mechanikteile leichter rein. Und ja, damit ist die Seite fertig. Auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Und dann schaut unser Zapfen so aus. Und dann kommen diese sogenannten Bushings drauf. Also leeren, die den zum Beispiel hinteren Durchmesser abbilden oder den vorderen. Damit man eben weiß, welchen Durchmesser man runterdrechseln muss. Und ich nehme die hintere auch auf den hinteren Teil des Zapfens. Da ist er dicker gewesen. Und die vordere natürlich dann auf die andere Seite. Ich habe mein Mandrell eingespannt und jetzt können wir unseren Zapfenrohling entsprechend aufschieben und dann eben fixieren. Ein bisschen spannen hier. Und dann müsste eigentlich gut laufen. Und wir können anfangen, unseren Stiftschaft in Form zu bringen. Und wir können anfangen, unseren Stiftschaft in Form zu bringen. Werde ich jetzt auch nicht mehr wegnehmen mit dem Drechseleisen. Den Rest schleife ich. Denn insbesondere hier hinten, also bei den Ansatzpunkten für die Mechaniken, da muss man aufpassen, dass es schön passt. Und da ist schnell zu viel weggenommen. Und da lieber ein bisschen vorsichtiger schleifen. Dann ist man da auf der sicheren Seite. Hier haben wir so ein paar Stellen. Da werden wir noch korrigieren müssen. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir das machen. Vielleicht einfach mit Sekundenkleber. Das sind so kleine Einschlüsse. Ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Luftblasen sind es keine, glaube ich. Aber naja, das werden wir dann hoffentlich mit Sekundenkleber rausbringen. Ich schaue mir die Übergänge immer ganz gern zwischendurch mal an. Denn nichts ist unperfekter an so einem Stift als so ein Übergang, wo man hängen bleibt. Und das spürt man hier ganz gut, dass der eigentlich ziemlich gut ist, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen fein schleife, dann glaube ich, ist das genauso, wie es sein soll. Perfekt. Ja, leider haben wir da so ein paar Fehlstellen drin, so ein paar kleine Pünktchen. Ich weiß nicht, ob das Luft ist oder ob da einfach das Harz nicht hingekommen ist, warum auch immer. Oder jetzt was ausgebrochen ist. Vielleicht war da noch Samen drin oder man weiß es ja nicht. Insofern werde ich die versuchen zu reparieren mit Sekundenkleber in der Hoffnung, dass man das natürlich nicht mehr sieht dann hinterher. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich habe die Fehlstellen größtenteils rausbekommen mit Sekundenkleber. Hat ganz gut funktioniert. Und jetzt geht es ans Feinschleifen, bis er schön glänzt. Und dann polieren wir noch und dann schauen wir mal, wie er ausschaut. Ja, schaut schon ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Ein bisschen trüb ist er noch an der einen oder anderen Stelle, hier zum Beispiel. Das polieren wir jetzt raus, würde ich sagen. Ja, der Glanz gefällt mir recht gut, jetzt muss ich sagen. Hier ist noch eine kleine Stelle, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da gehe ich noch mal drüber. Ansonsten ist er sehr schön geworden, finde ich. Das schaut fast aus wie so eine Schlange schon fast hier. Interessant. Dann geht es auch schon an den Zusammenbau, was bei dem Stift relativ einfach ist, ehrlich gesagt. Zuerst kommt nochmal hier vorne dieser Einsatz für die Spitze rein. Die pressen wir rein, vorsichtig natürlich zum Anschlag, genau. Dann kommt als nächstes, und da muss man aufpassen, ich habe es schon mal vergessen, hier eben unser Clip. Und dann als nächstes dieser Einsatz hinten für die Kappe. Pressen wir auch ein. Und als nächstes kommt dieser Drehmechanismus noch hinten dazu. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Am besten immer zwischendrin ausprobieren, wie weit man reindrückt. Also da ist zwar eine Markierung hier an der Stelle, aber wenn man zu weit reindrückt, dann kommt die Mine unten zu weit raus. Deshalb lieber erstmal ein bisschen weniger und dann werden sie einfach ausprobieren. Da sehen wir schon, die Mine geht jetzt nicht weit genug raus. Also zwei Millimeter noch ungefähr. So muss mal gut sein. Ja, so ist es optimal. Und zum Schluss kommt hinten noch die Kappe drauf, die wird einfach aufgesteckt. Und dann hat man hier einen schönen, leichtgängigen Drehmechanismus für die Mine. Im letzten Arbeitsgang poliere ich den Stift nochmal mit so einer Politur, die eigentlich für Kunststoffoberflächen gedacht ist, um feine Kratzer zu entfernen. Und damit gehen wir jetzt einfach nochmal hier über unsere gegossene Oberfläche drüber und entlocken dann nochmal den letzten Glanzfaktor. Und dann nochmal mit dem trockenen Wattepad drüber polieren. Und dann kommt hier ein wunderschöner Glanz zutage. Ja, liebe Zuschauer, dann schauen wir uns mal ein bisschen aus der Nähe an unseren Fichtenzapfenstift. Also mir gefällt dieses Zapfendesign, dieses Schuppendesign sehr gut. Es hat so ein bisschen einen 3D-Effekt auch. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sehen kann. Und erinnert natürlich so an so eine Fisch- oder Schlangenhaut. Und ja, man kann die Schuppen auch ganz leicht spüren, wenn man drüber fährt. Also ich finde es wirklich toll. Gefällt mir gut. Generell, das Chrom, glaube ich, passt ganz gut dazu zu dem Stift. Der Mechanismus funktioniert gut. Die Spitze kommt richtig weit raus hier vorne. Der Übergang hier, naja, ich sage mal von 100 Prozent sind es 98,5. Man hätte noch ein bisschen was abschleifen können. Aber für mich passt es so. Hinten die Kappe funktioniert auch gut. Schaut auch gut aus, finde ich. Also alles in allem, ja, ich bin zufrieden damit. Ja, liebe Zuschauer, dann hoffe ich, dass euch der Stift genauso gut gefällt, wie er mir gefällt. Und dass euch das Video Freude bereitet hat. Falls ihr den Stift nachbauen wollt, der ganze Wald ist voller Penblanks. Der Vollständigkeit halber wollte ich noch erwähnen, dass dieser goldene Zapfen leider immer noch in der Form klebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also selbst nach mehreren Tagen Wartezeit wollte das Epoxidharz also nicht hart werden, warum auch immer. Ich vermute mal, es lag an der Temperatur, könnte aber auch was anderes sein. Vielleicht habe ich mich verrechnet. Vielleicht waren es die Pigmente. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, dann gerne in die Kommentare. Damit würde ich mich sehr freuen darüber. Dann bleibt man nicht mehr, als mich recht herzlich bei euch zu bedanken für die Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich wünsche euch in dieser merkwürdigen Zeit natürlich insbesondere viel Gesundheit. Passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Video zusammen mit euch. Bis dahin sage ich, macht's das gut. Servus, euer Markus. Servus, euer Markus. Servus, euer Markus.